Ja hallo, herzlich willkommen zu HIZ, dem Video auf 1Schmitz.org. Dieses kleine Ding haben Sie ja gesehen, wie es sich so wunderschön auf einem Turntable dreht. Das ist ein Datenlogger. Grund dafür, sowas zu bauen, ist an sich hier einfach so ein kleiner Akku gewesen. Und zwar ein ziemlich alter Akku, von dem ich nicht mehr wusste, was er taugt. Wie misst man sowas? Gut, man kann einen Scope dranhängen oder Multimeter und alles mögliche machen. Und da fiel mir ein, es geht doch an sich auch viel einfacher mit ganz kleinen Mitteln, die ja im Prinzip alle da sind, wo man auch nichts Großes mehr kaufen kann. Da muss man sich nur mal einfach in der Werkstatt oder im Labor umsehen. Und das, was Sie soeben im Film so schön haben, rotieren Sie nur hier, was auf dem Bild ist, das steht hier. Hier auf dem Tisch ein bisschen schon verkabelt, damit das nachher nicht so kompliziert ist. Auch hier sind drei Widerstände. Und hier sind eben ganz einfach Bananenstecker dran. Und es sind hier noch ein paar Klemmen dran. Schauen wir uns mal an, was ich denn da angerichtet habe. Denn das Ganze war erst mal ein Versuch. Das hier ist der Prototyp. Auch den kann ich Ihnen zeigen. Ich habe den zufällig dabei. Schauen wir uns den mal von oben an. Das ist hier der. Also hier ist der, was soll es anders sein, ein Arduino. Hier ist ein kleiner Dual-Inline-Schalter. Der gilt, die Kanäle auszuwählen. Hier ist ein ein Poti, um Einstellungen zu machen, um Tests zu machen und so weiter. Und hier ist noch ein Raspberry Pi. Der hatte in dem Falle nur die Aufgabe, an den Arduino über serielle Schnittstelle angeschlossen zu sein, damit er einfach als Display diente. Wofür das ist, zeige ich Ihnen gleich. Also das war der Prototyp. Dann hatte ich ja mit meinem Temperaturmessung Probleme mit den PT-100, weil der war nicht so sauber, weil die Innenwiderstände nicht stimmten. Aber es gibt eine Arduino, ein Mini-Arduino, Arduino Nano. Ich muss das mal hier reinstecken, der ist noch nicht verlötet. Der sieht hier so aus. Mal schauen, ob ich davon auch ein Bild habe. Das ist der hier. Das ist im Prinzip auch ein Arduino Nano. Hat aber hier an der Seite Schraubklemmen. Schraubklemmen haben natürlich den Vorteil, sie sind wesentlich kontaktsicherer, als wenn ich einfach nur auf dem Steckbrett mit den Mini-Steckern darum arbeite. Denn es geht ja je nachdem, was ich messe, schon mal um ganz kleine Widerstandswerte. Gut, dann gab es natürlich, was mache ich dazu? Ich drucke mir natürlich dann erstmal hier oben den Deckel, den Sie sehen. Der ist einfach ein 3D-Drucker entstanden. Ein paar Löcher rein. Fertig. Dann kamen eben die Stecker, die Sie hier sehen. Die wurden reingeschraubt. Hier vorne ist noch eine, hier vorne ist noch eine Lüsterklemmenleiste, damit man auch einfach mal etwas reinschrauben kann. Wenn man jetzt hier von der Kamera von oben sieht, sieht man zum Beispiel, dass ich es genutzt habe, um hier drei Widerstände, zehn Ohm-Widerstände in dem Falle, reinzubauen, anzuschließen. So. Von unten sieht das Ganze denn so aus. Also die ganzen Massen, die ganzen schwarzen sind miteinander verdrahtet einfach. Hier oben gibt es acht Kanäle. Denn der Trick bei dem Arduino Nano ist, dass er im Prinzip acht AD-Wandler an Bord hat. Und genau das wollte ich mir zunutze machen. Deswegen hier oben acht Kanäle, hier dann noch zwei Stecker für die Spannungsversorgung. Und wenn man das Ganze dann anschließt an hier so einen Schraub-Arduino, dann sieht das so aus. Und der, tja, das ist im Prinzip alles so verschaltet, wie es sein soll, mit ein paar Drähten. Das sind jetzt noch keine isolierten Drähte. Ich bin dann noch ein bisschen am Experimentieren. Eventuell werden das noch so kleine Koax-Kabel. Ja, und dann wird das Ganze hier in die Box eingebaut. Ich kann mal versuchen, das ein bisschen aufzumachen. Das sieht sehr, sehr, kann man das sehen, das sieht sehr, sehr chaotisch aus. Hier unten blinkt der Arduino drin, hier die ganzen Drähte. Eventuell muss man dann noch mal mit Steckverbindern. Was machen ich? Da bin ich noch nicht ganz sicher, wie das letztendlich aussehen wird. Aber so habe ich jetzt ein Gerät und kann auch damit mit den Arduino Routinen arbeiten. Denn wenn ich denn mal schaue, was ich da gemacht habe, ist an sich ganz primitiv. Das ist das Programm dazu. Dann habe ich eine kleine Software geschrieben, der einfach die Kanäle, die acht Kanäle, die maximal möglich sind, abruft und die Daten dann ausgibt. Wenn wir uns das mal ansehen, man kann das ja auch interaktiv sich ansehen mit dem seriellen Monitor. Den muss ich erst mal vom anderen Bildschirm holen. Ich habe hier eine Zwei-Bildschirm-Konfiguration. So, das ist der hier. Und dann kann man sagen, hier, es gibt so Mini-Kommandos, Reset. Oder wenn ich sage, ich hätte gerne den Kanal 6 ausgelesen. Es gibt also Kanäle 1 bis 8. Wenn ich sage alle, dann gibt er mir alle Kanäle raus. Er sagt also immer Kanal 1 und dann den Wert dahinter zwischen 0 und 1023. Das, was die AD-Wandler können. Also 10 Bit. Genau sind sie nicht. Zum Schätzen reicht es. Für genaue Sachen muss man bessere Messinstrumente machen. Es geht auch nur von 0 bis 5 Volt. Wenn man davor noch etwas machen wollte, würde man sich einen kleinen Messverstärker davor bauen. Eventuell mit einem Operationsverstärker, mit dem man dann die Werte einstellen kann. Es geht also hier von 0 bis 5 Volt, von 0 bis 1023. Und dann gibt es noch eine Version, die ich drin habe. Das ist das M. Da gibt die Messwerte rüber. Da gibt er alle Kanäle rüber, die zurzeit aktiv sind bzw. die nicht aktiv sind, gibt er mit 0 rüber. Dann kann ich mir noch ansehen, welche DIP-Schalter gesetzt sind. Das war Hardware. Ich habe jetzt hier vorne einen kleinen DIP-Schalter drin. Den haben Sie vielleicht auch gesehen. Da sind jetzt die ersten drei Kanäle angewählt. Das brauchen wir gleich noch. Das zeige ich Ihnen noch. Damit ist im Prinzip die ganze Hardware erklärt. Hier vorne geht es eben mit USB an den Rechner ran. In dem Fall hier an meinen Laptop ran, weil hier die Software drauf ist. Was mache ich jetzt mit der Auswertes-Software? Ich habe da mehrere Möglichkeiten durchdacht. Das Einfachste ist an sich, man baut eine Routine in den Arduino rein, indem man einfach die Messwerte rausgibt in einem CSV-Format. Also Komma Separated Format. Die kann man dann in Excel oder sonst was einlesen. Aber ich hätte das lieber direkt in Excel gemacht. Und da kam mir denn das Projekt, das der Clemens hatte. Der Clemens Heiden, der hat ja auch einen Arduino angeschlossen für seine Ölpresse da, um Augentropfen herzustellen. Und da habe ich gedacht, ja okay, die kann man doch nehmen. Denn das sind Programmteile, die kann man aus dem Internet laden. Die sind Open Source. Also was habe ich gemacht? Ich habe dann ganz einfach, wir machen denen mal zu, sonst läuft es nicht, was man dafür braucht übrigens, ist ein Serial-Treiber. Den liefert einmal der Arduino mit. Oder man nimmt den CH341S, heißt der glaube ich, CH341 Serial. Das ist ein Treiber, den kann man laden. Der wird von irgendeinem Hersteller, von USB zu Serial hergestellt. Ist Open Source. Kann man also einfach so runterladen und sich auf einem Windows Rechner installieren. Also habe ich mir den Treiber genommen und habe hier die Software genommen und im Excel, auch für Excel, gibt es denn eine Routinen-Sammlung, auch Open Source, die kann man sich runterladen. Die ist von Jonathan Arendt. Der hat den 2016 mal geschrieben. Das ist, um serielle Daten in Excel einzuladen. Und genau diese Routinen habe ich mir denn, habe ich dann erstmal so genommen und habe die dann ein bisschen so modifiziert, wie ich sie brauche. Denn mein Messgerät in der Konstellation, wie ich das habe oder mein Scanner, Datenlogger, der gibt ja nur Messwerte raus, wenn er auch ein Signal kriegt. Okay, also bin ich hergegangen, holen wir mal den Start und habe eine kleine Routine gebaut, dass ich das miteinander verbinden kann. Ich habe jetzt hier, wenn Sie mal unten rechts schauen, das ist dieses Connect, also um eine Verbindung, eine serielle Verbindung mit dem Arduino herzustellen. Der Com-Port ist hier in dem Fall der Port 6, weil hier mehrere Sachen installiert ist. Und ich habe jetzt mal die Kanäle 5, 6 und 4, 5, 6 eingeschaltet. Und wenn ich dann sage Connect, dann fängt der an, wird jetzt, baut die Verbindung auf und nimmt in dem Fall jede Sekunde einen Messwert. Und Sie sehen hier, dass sich da drei Kurven bilden. Drei Kurven, weil ich drei Kanäle ausgewählt habe, also 4, 5, 6. Und dann habe ich hier, sehen Sie ja, die Signalgeneratoren angeschlossen. Die laufen jetzt in Frequenzen von 0,1 bis 0,04 Hertz oder sowas. Also in einem Bereich, in dem man mit dem Scope nicht mehr so gut was machen kann. Ich beende das hier mal. Und Sie sehen jetzt hier die drei Kurven. Einmal ist es eine rechte, fast Rechteckkurve. Das ist hier von dem alten Schlumberger. Und hier mein Freeteck, mein FY6600. Der liefert eine Rampe und liefert eine Sinuskurve. Das ist ja ein Zweikanaler, die in verschiedenen Frequenzen arbeiten. Und so kann ich das machen. Ich habe dann noch mehr Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel noch den Kanal 7 und 8. Ich nehme den mal dazu und starte das. Dann wird das jetzt noch ein bisschen komplizierter aussehen, weil ich nämlich jetzt fünf Kanäle habe. Habe also die drei Kanäle. Ich muss die Grafik jetzt nochmal aufbauen lassen. Dann sieht man auch die anderen Kanäle, die da noch auftauchen. Da kann ich Ihnen gleich noch ein bisschen was zu erzählen. So der eine macht fast, doch da macht er was. Das sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, weil ebenso viele Kanäle da sind. Ich beende das mal, lasse die Grafik mal neu aufbauen. Und da sehen Sie hier, dass hier zum Beispiel, das hier ist die Rampe. Das braune, das ist der Kanal 5 und das lila der Kanal 7. Nimm mal nur die beiden Kanal 5 und Kanal 7. Die anderen schalte ich hier aus. So und zeige nochmal die Grafik. Ich habe also jetzt die anderen Kanäle einfach ausgeblendet. Und da sehen Sie, dass das einmal diese Rampe ist, die aus dem Funktionsgenerator kommt. Und hier ist im Prinzip, die geht also bis 3 Volt mit, weil da irgend so eine alte Zener-Diode zwischen ist. Also ein Zener-Diode. Ich habe nämlich hier so, vielleicht kann man das so ein bisschen oben am Rand des Bildes sehen. Ich habe hier so eine kleine Schaltung aufgebaut. Einmal Zener-Diode mit Widerstand und einmal einen Kondensator mit Widerstand. Also nichts wirklich anspruchsvolles. Das war bloß, um was zu zeigen. Denn wir können auch die anderen Kanäle mal nehmen. Ich muss mal gucken, das ist der Kanal 8. Nehmen wir den 7 nochmal weg. Und ich glaube, der 6 ist das. Schauen wir uns die mal an. Da ich nehme jetzt einmal die Sinuskurve. Da muss das wahrscheinlich Kanal 4 sein. Kanal 4 und Kanal 8. So und da sehen Sie die Rechteckkurve, die fast Rechteckkurve. Und dazwischen, das sieht dann aus wie so eine verformte, das ist eine Lade- und Entladekurve eines 1000 µ Kondensators. Und so kann ich denn die Messungen, je nachdem was ich brauche, alles auswerten. Aber ich sagte Ihnen ja, Grund war an sich was ganz anderes dafür. Und zwar habe ich mir hier sowas mal gebaut. Zusammengesteckt, kann man besser sagen. So und vielleicht kann man das sehen. Das sind im Prinzip ein, ich schiebe den mal ein bisschen nach hinten. Das ist im Prinzip eine Akku- oder Batteriehalterung. Da habe ich jetzt drei unterschiedliche Akkus drin. Das sind etwas ältere Akkus. Und die waren es eben schuld, dass ich das überhaupt gebaut habe. Denn ich wollte wissen, was taugen meine Akkus noch. Habe denn die angeschlossen. Ich habe die jetzt hier mal ein bisschen vorbereitet. Denn ich wollte davon die Entladekurve sehen. Ich habe jetzt hier das farblich kodiert. Gelb, grün, blau. So habe jetzt auch die ersten drei Kanäle damit belegt. Und wenn ich das jetzt umschalte, zum Beispiel, ich sage, nimm mal die Kanäle, die in der Schalter, die hardwaremäßig eingeschaltet sind. Also auf Schalter gehe ich hier und sage dann Connect. Dann wird er nur den Kanal 1 bis 3 einlesen. Hoffe ich jedenfalls. Jawohl, macht er. Und der Kanal 1 hat überhaupt keinen Kontakt. Da muss ich mal schauen, was da passiert ist. Da ist er. Sieht nicht so sehr gut aus. Das liegt hier daran, dass das ein dreifach A ist. Achso, wir können uns ja auch die Grafik dazu ansehen. So. Sie sehen also hier, da habe ich jetzt die Spannung. Einer, der braune, der Kanal 2, das ist also hier der grüne Akku. Der liefert etwas mehr Spannung als die anderen beiden. Die sind auch noch eine Nummer älter. Beziehungsweise der eine ist eben ein AAA-Akku, also eine Lady-Zelle. Und die anderen sind Mignon-Zellen. So. Jetzt sind natürlich da Sekundenabstände viel zu kurz. Deswegen kann ich dann hier einstellen, wie viele Sekunden ich haben möchte. Und ich habe das denn, ich glaube damals auf, na das ist jetzt 160, das ist ein bisschen viel. Na komm, auf 60 Sekunden gestellt. Gut, das werden wir jetzt nicht durchstehen. Da kann man dann jedenfalls sehen, ich habe das zufällig vorbereitet. Wir beenden den mal. Ich habe das zufällig vorbereitet. Und da kann man dann auch, inklusive der Störungen, die ich hatte, die, da ist der Batterietest, da kann man dann auch die Entladekurve der Akkus sehen. Sie sehen also hier der grüne. Das war der kleine Akku, der AAA-Akku. Und das hier oben sind die anderen beiden Akkus. Wobei die Kapazitäten recht unterschiedlich sind. Noch was können Sie dabei sehen. Ich habe hier vorne an der Ecke, hier unten ist übrigens die Zeitachse, das sind einfach Daten, Zeiten, die aus Excel raus übernommen werden. Habe hier vorne mal was rumgespielt. Da sieht man Unterbrechungen, denn ist nicht sonderlich sicher. Und hier hinten habe ich auch noch mal geguckt. Was ist denn da los? Wieso bricht denn da plötzlich die Spannung zusammen? Was natürlich passiert ist. Ich habe denn die Kontakte zu den beiden größeren Akkus gestört. Und das ist ja hier nochmal passiert. Aber im Grunde sieht man ja hier die Entladekurve des Akkus. Und das war ja genau das, was ich messen sollte. Es geht übrigens, das Anschließen geht relativ einfach. Ich habe hier ein Stückchen Silberpapier zwischen. Habe hier die Masseschiene. Und oben an den Pluspolen das einfach an. So und jetzt können wir einfach mal laufen lassen. Wenn wir alle Kanäle anmachen, dann werden Sie sehen, dass es ein ziemliches Durcheinander ist. Machen wir mal die Grafik. Müssen wir erstmal ein paar Messwerte kriegen. Hat er nicht alle Kanäle angemacht? Der hört doch nicht. So, jetzt. Ja, jetzt waren sie alle da. Entschuldigung, ich habe das denn. Man muss dann auch im Moment warten, bis er wirklich alle Kanäle messt. Hier sieht man jetzt alle Kanäle. Und hier sehen Sie das, was man machen kann. Für kurzzeitige Signale ist natürlich ein Scope wesentlich besser. Aber wenn man Langzeitbeobachtungen machen will, wie zum Beispiel die Entladekurve einer Batterie oder eines Akkus, dann ist es natürlich sinnvoller, mit einem Datenlogger zu arbeiten. Und das ist jetzt hier einfach, um Schätzwerte zu machen, eine sehr preiswerte, billige Lösung, die man mit Hausmitteln im Prinzip machen kann. Kleinen Arduino dran, ein paar Stecker dran, ein paar Kabel dran. Und schon ist alles fertig. Also ein wunderschöner kleiner Datenlogger, den ich für meine Bedürfnisse gebaut habe. Denn, wie Sie wissen, bastle ich ab und zu mal gerne. Und ein bisschen davon wollte ich Ihnen heute erzählen. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf wenzschmitz.org.